Ich habe soeben den Stream beendet und wollte ins Bett gehen und dachte mir, komm, guckst du nochmal eben kurz nach, was für News es eventuell gibt. Und tatsächlich wurde anscheinend heute die Roadmap veröffentlicht und kurz danach auch wieder entfernt. Was das bedeutet, ich habe keine Ahnung. Lass uns aber kurz reinschauen, was für Informationen wir gerade haben. Und die gesamte Roadmap, die released wurde, steht in diesem Artikel, was für Inhalt dort geplant war. Aber also Lost Ark, genauso schreiben sie halt auch in der Überschrift, dass diese dreimonatige Roadmap detailliert angekündigt wurde. Und ich habe mich gefragt, hä, wo ist die denn? Und wenn man sich jetzt hier das Ganze ein bisschen anschaut, ist auch hier die Rede von heute März der 7. Amazon Games has shared what will be coming to the Western Version von Lost Ark. Und hier ist ein Link. Drei Monate Roadmap. Ich dachte, geil, da guckst du mal rein. Was passiert? Zack, Pustekuchen. Diese Seite ist nicht vorhanden. Das zeigt für mich eigentlich nur, dass die etwas veröffentlicht haben und kurz danach schon wieder entfernt. Und ich verstehe nicht, warum sie es nicht einfach hinkriegen, Dinge zu releasen, die halt einfach sattelfest sind. Das war mit den Patch Notes kurz vor Release ja genauso, dass sie die Patch Notes releasen. Und da standen Dinge drin, die sie innerhalb von Stunden revidiert haben. Verstehe ich nicht ganz, was da abgeht mit ihren Releases an Informationen. Aber gut, hoffen wir, dass es in kurzer Zeit besser wird. Da schon mal vorweg, bevor wir jetzt in den Inhalt der Roadmap gehen. Denn wie gesagt, in dem Artikel steht alles drin, was angekündigt war. Eben ganz kurzer Blick auf Twitter. Denn wirklich vor einer Stunde ungefähr wurde das getweetet von dem offiziellen Lost Ark Account. Please be aware, we are currently making adjustments to our upcoming content roadmap. Das heißt, die machen immer noch Anpassungen an der Roadmap. Wahrscheinlich haben sie sie released, haben direkt einen Shitstorm kassiert. Warum auch immer, wo auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und haben sie gedacht, ah, Moment, wir schrauben das wieder zurück. Keine Ahnung. So, based on Player Progression Data. Das heißt, sie wollen auch diese ganzen Daten auswerten, wie die Leute so vorankommen. We'll be sharing an updated Roadmap following our March Update. Und ich denke, dass dieses März Update so am Ende dieser Woche eigentlich mitzurechnen ist. Weil es ist erstens ein März Update. Zweitens soll da Content für März kommen und so weiter. Und drittens, wenn ihr mal in-game euch diesen Login-Kalender anschaut. Also die Login-Rewards, die wir halt bekommen. Nur fürs Einloggen ins Game. Das Ding ist, für die meisten ist es schon beendet. Für die Leute, die seit Tag 1 spielen. Und auf der anderen Seite, das Ding geht glaube ich bis zum 10. steht da. Und von daher vermute ich, dass es so ein fließender Übergang wird. Das wäre natürlich ziemlich cool. Das würde bedeuten, dass der halt, ja, der geht halt bis Donnerstag. Entschuldigung. Nee, bis Donnerstag. Und ab Freitag müsste es dann einen neuen geben. Von daher vermute ich, diese Woche wird dieses März Update kommen. Und danach wird dann auch die Roadmap folgen. So, lass uns da mal ganz kurz reinschauen, was die hier so schreiben. Also erstmal im März. Fans can expect a new cadence story. Da haben wir schon drüber gesprochen im vorherigen Video. Diese Kardan-Story wird kommen. Und der Abyss-Raid wird ebenfalls folgen. Von Argos, hieß der Boss, glaube ich. Und sogar die erste PvP-Season soll diese, diesen Monat noch starren. Für April. Was sagt, will be updated with a new advanced class. Der Warrior. Für den Warrior soll der Destroyer folgen. Das ist der mit dem Zweihandhammer. Die neue Spezialisierung soll kommen. Called der Destroyer. Was der Destroyer kann, habe ich in meinem... Ich verlinke euch das Video einfach. Also in dem Video seht ihr halt alle Klassen, die noch in Zukunft kommen. Da habe ich auch zu den Destroyer noch ein bisschen was erzählt. Also laut der ersten Version der Roadmap sollte das die erste Klasse-Spezialisierung kommen, die released wird. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wäre für April gedacht. Ist die Frage, ob das wirklich so kommen wird. Auf jeden Fall war das angedacht. Wird es doch wirklich so kommen? Ich weiß es noch nicht. Lass uns mal ein bisschen überraschen. So, also der Destroyer wird kommen im April. Angeblich. Dann ein neuer Legions-Raid. Ein neuer Guardian-Raid. Das sind die Wächter-Rades. Und ein komplett neuer Continent soll im April folgen. Und zwar Süd-Wern. Okay. Interesting. Kriegen wir einen neuen Continent. Ich frage mich, für welchen Gearscore der ist. Also wahrscheinlich ja irgendwas Tier 3 ein bisschen höher als das, was wir aktuell haben. Er ist last month detailed on the Roadmap. May will introduce der Arcanist. Die Arcanisten-Klasse. Wie gesagt, im verlinkten Video ist auch zur Arcanisten-Klasse ein bisschen was an Footage, an Gameplay und an Beschreibung, was die Klasse so angeht. Soll dann im Mai folgen. Das ist eine Spezialisierung der Magier. Was haben wir hier unten noch? There will also be wieder ein neuer Legions-Raid im Mai. Ein neuer Guardian-Raid. Wieder zusätzlich. Ebenfalls im Mai. Und Throne Spire. Was sehr geil klingt. The Singleplayer Dungeon Experience in a Twisted Dimension. Also ähnlich vermutlich wie der Turm. Nur halt eventuell vom ganzen Layout anders. Aber so klingt das für mich. Es ist auf jeden Fall Singleplayer. Und halt so Dungeon-mäßig. Von daher denke ich, es wird in Richtung Turm gehen. Ob es genau so sein wird, weiß ich nicht. Ich kenne den Content jetzt selber nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es gab eine Roadmap. Die wurde anscheinend von Amazon, von wen auch immer, schon wieder komplett revidiert. Ich vermute aber, dass einiges, was hier drauf steht. Es wird nicht alles neu sein. Ja, also was passieren könnte, wäre, dass der Destroyer noch gewechselt wird. Dass der Akanist noch gewechselt wird. Dass die nur vertauscht werden. Dass komplett andere Klassen kommen. Das könnte ich mir vorstellen. Alles andere klingt für mich schon sehr, sehr sattelfest. Und wird vermutlich genauso kommen, wie hier beschrieben. Ich denke, wir werden nicht mehr so lange warten müssen. Die arbeiten dran. Die haben ganz genau gesagt, dass nach dem March-Update werden sie mit der Roadmap folgen. Deswegen erwarte ich jetzt einfach mal oder rechne mit der Roadmap entweder Ende dieser Woche. So Freitag, Samstag, Sonntag irgendwie so. Oder Anfang nächster Woche. Also irgendwo da sollte die Roadmap folgen. Und dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall teilen, falls ihr neugierig seid. Genauso wie ich. Dass die Informationen da waren. Und einfach nur, um so ein Gefühl zu bekommen, wie gehen die mit Informationen um. Wie bringen die uns die Informationen rüber. Und aktuell finde ich es immer noch sehr, sehr schwierig, wie sie es tun. Denn sie releasen etwas. Und eigentlich kannst du dir nicht sicher sein. Gerade halt auch als Content Creator. Ob die Informationen innerhalb von 8 Stunden überhaupt noch Hand und Fuß haben oder nicht. Hm. Schwierig aktuell. Ich hoffe, die kriegen da auf jeden Fall einen Dreh hinter. Dass sie das, was sie releasen, halt auch wirklich so meinen. Das nicht wieder 6000 Mal revidieren müssen. Und dann hoffen wir einfach, dass es in Zukunft besser läuft. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, ihr kennt das Prozedere. Einfach mal einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich mega, mega freuen. Lasst einen Kommentar da, was ihr zu der ganzen Roadmap, zu diesem Inhalt, der da so drin ist, denkt. Das Ganze verlinke ich euch natürlich wie immer unter dem Video. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im Nächsten. Bis dahin. Macht's gut. Ja. 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 Ich würde mir kein holes such. Ich würde mich über��는. Ich würde mich einfach helfen. Ja. Ja. Nono. Öyle. Untertitelung des ZDF, 2020